Gibt's nicht. Flash, wie oft bist du schon gestorben? Warte, zeig ich dir an siebenmal. Schon wieder? Warum ist das denn passiert? Gerade eben? Ohne Scheiß, wenn du die 100 voll hast, mach ich auch ne Folge weiter. Flash was down to fall by skeleton. Ich glaub ich weiß, warum ich das nicht mehr mitdick, weil ich hier so viel am Kämpfen bin. Du achtest da schon gar nicht mehr drauf. Und das auch, ja. Dass es im Chat steht. Das auch, ja. Ich find das diskriminierend, ey. Ja, wie immer. Nein, das ist Gewöhnung von Server, da hab ich nur Rüstung an, die schon ein bisschen overpowered ist. Ja, aber den Discounter, der ist schön, ne? Auf jeden Fall, der ist richtig schön. Den hab ich einfach mal reingenommen, weil überleg mal wie oft wir in Hexit gestorben sind. Ja, aber nur fast mehr durch. Durch selber killen. Ja, ja. Ich bin echt froh, dass es PvP ausgemacht hat. Obwohl, lustig wär das schon. Nein, wir würden eher sterben immer. Ich glaub ich mach mir nur ein Ding. Ich glaub ich würd euch immer töten, wenn ihr mich beleidigt. Das wär ja unfair. Verreckt! Das ist mal ne Diamantzau. Boah, diese scheiß Gegner, ne? Was, die scheiß Gegner, ne? Die können auch nichts dafür, dass du so alt brauchst. Boah, ey. Das Geile ist, du willst grad den Spawner kaputt machen, rennt ein Skillet vor dir. Boah, meh, 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 meh. Boah, du scheiß Spyder. Spyder scheiße. Ja, kipp' mir mal ein spät wieder. Hat halt sticky drauf gehabt. Gut dass ich noch die Rüstungen hab. Johnny reißt wieder die Hütte ab, auch nix neues. Reißt dir Johnny ab, reißt den Johnny ab. Das war das, ist bei dir ein Creeper explodiert? Nö. Okay, war sogar so komisches Geräusch hier. Bei mir ist noch nix explodiert, ne? So, erst mal ein Sandwich essen. Nein! Oh, jetzt hab ich keine Spitzhacke, ey. Leder. Leder, ey, dann brauchen wir erst mal ein paar Big Packs. Ja, aber ich sammle schon mal Leder. Sammle schon mal Leder. Laser. Ich hör' hier grad so n Schokobuch. Was, du, der Lizardmann hab' ich gehört? Was, du bist ein Leatherman? Du bist der Lizardmann. Ja, du verdammte Skeleth, schießtest mich erst mal runter. Oder erst mal ne Diamantspitzhacke. Mach das. Ich mach das. Irgendwann bräuchte ich die immer weg. Ja. Das ist auch geil, wenn so n Skelett spawnt und direkt in so n Loch fällt. Ja, das Jack. Beim Spawn. Jackpot. Jackpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpotpot. Boah, ihr verdammten Spiders, ne? Die kicken einen auch immer nur hin und her. Ich dachte, die wären so einfach. Was findest du? Was hab' ich hier denn? Fireprotection 2. Projektilprotektion. Aqua Infinity. Ht 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 ho. Ht 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 Finger in den Po. What did the Fox says? Fuck 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 can the fox say. Wo ist denn meine Rezept? Wo ist denn die Schöne Liste dafür? Hi. Wo ist hier eigentlich das Schokoboy? Ich hör' ich hier schon ein. da ist es recht brenn gold hat mir irgendwo lava da oben ist der boss ja und bei euch im schaffen kann es aber auch einfach nicht ja dann holt aber zähne so weil es dann leckt das kann ich dem armen jungen doch nicht anfangen das schön jetzt habe ich eine doch nicht ich dachte er feuerprojekt haben aber ich bin auf den sack wer geht hier auf den sack zero zero könnte noch welche mitbringen er bringt das beste wenn ihr das beste hier oben auf dem vorn drauf er wollte verlieren an assassin's creed 4 black black flag beste action adventure war fast klar ja da waren die braustellen machen wir nun protokoll ja ich habe schon braustelle mit ja hier in den torben ja brauchst nicht unbedingt ich habe schon 4 mitgenommen ja das problem ist nicht bei mir fliegt wieder alles rum ht 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 ho ht in deinen dumento wo haben wir denn einmal Ja jetzt ist ja auch noch ein Zombie. Achso das ist der, der sich gebräutet hat und mit einmal weg macht. Da ist Eisen. Da muss ich mir halt ein paar einmal kreffen. Na gut Jungs, ich bin mal Redcard-Stempel. Ein Hauer ab. Bis morgen. Ciao. Ciao, ciao. Achja. Na, wat denn? Wat denn? Ich schütt grad so ne verzauberte Dierhose um hier rum. Da ist noch ein zweiter Eimer. Na komm, zwei Eimer reichen. Erstmal muss ich halt zweimal laufen. Und immer noch keine Portigun. Nee, ich brauch auch einen, dann könnt ich bei euch im... Weißt du ungefähr wo bei euch die Lava war? Nö. Verdammt. Doch normalerweise musst du bei mir einfach nur die ganze Zeit geradeaus von der Ränder. Alles klar, wo war denn das Loch da? Gut, dass ich hier so viele Truhen stehen hab. Bei Protection 1 auf der Hose. Feurige Aura ist auch geil, dann brennen die ganzen Mobs an die dich angreifen. Nämlich das Problem, weil mit der Portigun da könnte ich die Sachen hier jetzt mitnehmen einfach so. Also komplett mit Truhe. Ne? Verzauberte Bogen mit Power 1. Ja, das... Na gut, ist nicht. Iron Pickaxe mit Effizienz 2. Cheat. Nicht überrasse. Noch ein Diamantenaxe mit Effizienz 2. Silber, Whetstone. Würde ich einfach nur abbauen? Wegen Erfahrungspunkten. Da ist Lava. Noch mehr Diamanten. Boah. Okay. Und wieder hoch. Ich bin Level 49 gerade. Ja, ich bin ja siebenmal gestorben. Ganz viele Chocopedias. Ne, die brauchst du eigentlich nur zum Beschriften. Und fuck, ein wenigst gutes krieg ich gerade. Das ist auch heftig. Ich weiß auch nicht, warum die Towers so komisch sind. Sonst ist es meist ganz oben immer richtig guter Loot. Hast du irgendwelche Mods vergessen? Ne. Komisch. Ich würde sagen, dass wir auch nur noch 2-3 Folgen machen. Sprich von meiner Seite aus. Jo. Ich muss auch noch rüber. Rüber. Rüber, rüber. Ich weiß nicht, ob die... Ob das Netta wieder offen ist. Und jetzt ist die Uhrzeit, wo kaum Kiddies da sind. Da kann ich wieder Wizard spawnen. Ja, die kommen da hin und clonen einfach die Netastars. Ja, behindert sowas. Ist das nicht verboten? Ja klar, es klauen, die sind danach gebannt. Ich bin ja als Supporter. Weil ich mache Vanish, dann ziehen die das nicht. Mhm. Weil wenn du Vanish eingestellt hast, dann ist dein Name blau. Wie Gast, wie ein normaler Gast. Und sonst bist du orange. Ja. Dann kommst du Bescheid, du hast die Wizard, weil du... Über den ganzen Server hörst du diesen permanenten Wizard-Ton. Da wird gefragt, wo ist er. Und dann kommt einer an, ja, die sind in der Farmwelt wieder. Jetzt habe ich schon wieder meine Kartoffeln abgelegt. Und dann sehen die, oh... Tausende von diesen... Du weißt ja, du musst ja Seelensamm benutzen, ne? Mhm. Habe ich dann natürlich mehrere davon aufgestellt und dann immer nacheinander die Köpfe drauf gesetzt. Dann warten die da, ey. Dann kannst du die Köpfe nicht draufsetzen, weil sie entweder die Köpfe abbauen und mitnehmen. Ja? Ja, die sind, die klauen da rigoros. Wie denn, was sind die denn? Das sind so Kleinkinder. Weil die wissen, du kannst ja Geld verdienen, halt durch Verkaufen oder mit anderen Spielern oder durch einen Amshop. Oder du gehst halt jeden Tag Voten. Du kriegst halt 700 immer. Und die Netastabrik natürlich 30.000. Ja. Deswegen klauen die ja, weil die ihr Geld brauchen, weil die Chunks kaufen wollen. Das war halt sowas echt. Aber, ey, das kriegst du immer einen Hass. Deswegen kann ich das nur nachts machen. Ja, 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 ja. Das sind vernünftige Leute. Wenn die Kiddies schlafen müssen. Naja, manche Kiddies, ey. Denkst du auch nicht, warum gehen die mit Loyal nicht ins Bett? Warum? Weil die dich elgern wollen. Ja. Merke ich dann auch immer. So, ich hab viermal Lava dahingesetzt, das heißt, ich müsste jetzt nur noch ein paar Steine davon brennen. Ich kann das eigentlich schon in die Smelt wieder reinfüllen. Ich glaub das geht. Wie viel brauche ich denn noch? Äh, ein Stein, zwei Steine, drei Steine, vier Steine, fünf, sechs. Sechs Stück. Das ist ja gar nicht das Problem. Lehm. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Ich muss sowieso paar Meere brennen, damit wir halt ein bisschen höher den Ofen ansetzen können. Oder vielleicht nur noch zwei Hände direkt daneben. Wo hab ich denn Lehm? Was hir... Da hab ich Gravel, da hab ich Sand... Da hab ich... Lehm! Lehm! Lehm, 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 Lehm... Ach, Spiel Präm! Lehm, 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 Lehm... Ach, das ist ja nur... Ich springe da jetzt nicht runter. Wollt grad ins Wasser springen, aber ne? Das ist doch Eis. Voll aufs Eis klatschen erstmal Wenn wir Cloudboots anhaben, dann ist das was anderes Ja, dann ja 32 Gold Brauche ich viele Bücher Äh, verreckt Plünderung 1, Glück 1 Guck mal, Glück 1 und Glück 2 Ne, da braucht man ein zweites Glück 1 Flamme Oh, Sensbüsche, die müssen wir anpflanzen Da kriegen wir Erfahrungspunkte durch Die Skelette kehren sich gerade gegenseitig Ach, sie sind aufeinander abgelenkt Sensbüsche Ja, hier sind Fackeln drin und mit einmal geht das Licht an Voll so ein Licht-Bug Ja, genau, wegen Licht-Bug Oh, in den anderen Truhen ist immer nur Mist drin Das ist nichts Neues Ich muss auch erstmal Sensbüsche anpflanzen Ein Creeper Oh mein Gott, ein Creeper Ach, Bombe Oh, Creeper Gut, dass ich so ein Gut, dass ich blocken kann Entweder minimiert den Schaden Oder du kriegst gar keinen Schaden dadurch Ach, Kack auf blocken Wenn ich einen Rapi habe, dann ist das sowieso was anderes Wie ich dieses Spin hasse, die dir deine Waffen klauen können Wollt denn Johnny dir Meteor-Schild draufgepackt? Komplett oben aufs Dach Ich war das doch Achso Oben aufs Dach Okay Kann man den sehen? Ja, oder ist er? Von unten nicht, ne? Doch, von unten, klar Ja Weil er genau auf Glas-Eck ist Ja, ist doch egal Das ist dann eigentlich hier oben noch in den Kisten Hier sind ein paar Bücher Ein paar Hexical Essenzen Ja, okay Gysal, ein paar Beeren Die können wir eigentlich schon mal unten in die Essenskiste reinpacken Mhm Gysal Lohnstaub habe ich auf jeden Fall Ja, können wir hier auch holen Weil hier sind ja die Blumen Ja, deswegen Ich hatte das auch von den Blumen geholt Boah, ey Verpisst euch Verpisst euch Du krummst hier nicht drauf ein Kick mich fast vom Turm runter Ja, die flieg dann immer runter Äh, nee, da Boah, Schokobo, ey Verlier nicht immer deine Federn Das Geile ist, die Schokobos sind ja voll abgekratzt eben Naja Ja, ich hab Ja, weil der Turm explodiert ist Ja, immer noch Zerro So So Sechste davon Vielleicht machen wir nochmal Einen davon Und einen davon Aber FPG-Style ist auch geil, ne? Was? Mit dem FPG-Style drin Ja, das ist auf jeden Fall gut Du kannst wenigstens rausgehen Und nochmal ein bisschen da Ein bisschen was machen Ja, sonst machst du nur Technik Und das wird auch langweilig Wobei Technik ja schon geil ist, aber trotzdem Ja, das lohnt sich aber so Toll, du hast jetzt kein Bett mit, ne? Nö Toll Und der Tolle Bust Ja Wir haben jetzt mal gerade Mitternacht Hallo Skelete, egal Skelete klatschen Mal vielleicht noch paar Knochen rausbekommen Boah, ich hab so viel zu rendern, ne? Das kann ich gleich auch dann machen Wenn du wieder Knochen hast Na, ich mach schnell mitbringen Naja Damit wir ein bisschen die Irgendwo kommt da gerade eine Sternschnuppe Und abhören Alles klar, bei mir dann näher Ja, mich kicken Ich bin gerade nur hin und her Hast du die Viecher echt? Aber du kriegst sogar einen Erfahrungspunkt Ja, merkst du das jetzt erst? Naja Ich achte ja nicht immer drauf Wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme Oder wie viel ich hab Nein Mann ey Stockwerk tiefer gekickt Die scheiß Mistviecher Ist geil, ne? Hm Besonders wenn du die scheiß Bustspinnen dabei hast So, die Smeltoby ist schon mal hier am Stande So, jetzt muss ich die Formen für die Smeltoby gießen Und zwar einmal hier Damit wir Barren kriegen Boah ey So Du hörst nur plumps, plumps Plumps, plumps Fällt alles runter von oben Daradadadadadadada Oh, verrückt doch mal endlich. Ich bin sonst gleich tot. Mie 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 mie. Stirbst du sonst? Ja. Das Skelettnerv, das ist das Problem. Steht einfach da hinten und dann schießt du das ganze Zeit auf mich. Und ich sage, ich würde mich mal was essen. Und ich sage, ich würde mich beschweren. Das macht gleich schon wieder Kartoffeln. Ich habe schon wieder ein paar Knochen gehabt. Und Kartoffeln sind ja auch am Brennen. Da war ja was. Nein. Doch. Ich will nicht sterben. Ich habe so viele Sachen gerade dabei. Doch, bitte komm ey. Stirb. Nein. Scheiß Ninja. Scheiß Ninja Zombie ey. Und der hat noch ein Leben dazu. Der wieder. Das ist mal schwer zu kriegen hier. Ja, mir nervt. Ich habe wieder so ein komisches Backbekommen. Boah, ich bin gerade voll zusammengezockt, weil mit einem so ein Skelett vor mir aufgetaucht ist. Spitzhacker. Ich habe eine Spitzhacker bekommen mit Effizienz 2. Nice. Toll, Pieper. Jetzt kann ich wieder das Loch nicht stopfen, weil du was zum Scheiß nicht hast. Boah, du siehst nur noch drei Minispinnen mit einem Spawn. So geil. Ja, ist geil. Du mich auch. Ja, toll. Noch geiler ist, wenn du so ein Scheiß Skelett hast, was dich blind macht. Ja, und dann die Minispinnen dazu. Die gehen dann wirklich gut ab. Ja, toll. Ich habe mich voll beschwert. Weißt du, ich bin gestorben. Hoffentlich stehst du auch nochmal. Du musst dann dauernd sterben. Das ist normal. Das gehört sich so. So, Gold schmelzen. Hast du mir gerade zugehört? Ja. Du musst sterben. Und jetzt bin ich runtergefallen. Aha. So, jetzt können wir doppelte Barren rausbekommen. Natürlich kommt das Skelett mir hinterher. So, meine Ladies and Damen und Herren und Gentlemen. Oh. So, jetzt können wir das. Untertitelung des ZDF, 2020